Wie viele Bundesländer hat Deutschland? 16. Bündst du mich ja zu? Präzise. Warte, arme, präzise Antwort, Bruder. Zehn Länder aus Südamerika. El Salvador. Direkt das Schlimmste. Chile, Peru, Paraguay, Venezuela, Costa Rica. Das sind alles seine Quellenorten. Bolivien. Da kommen die Conis her. Bolivien. Jetzt Kolumbien. Fehlen noch zwei. Worte? Kolumbien. Brasilien. Ja, Brasilien, Argentinien natürlich. Fast fertig. Aber gut, Applaus zu Dio. Wauw!